Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. So, also jetzt wird das Wetter wieder schön und wir kümmern uns um unsere Körper, damit wir alle schön fit aussehen und unsere Corona-Pfunde loswerden. Und deswegen setzen wir uns jetzt vor Sofa und schauen die Serie Physical auf Apple. Das ist nämlich unsere erste Besprechung, da geht es um Aerobic, so wie es aussieht. Nr. 2 in der Besprechungsliste ist der Film Courage oder Courage, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Film, der glaube ich auf der diesjährigen Berlinale lief und ich glaube auch, dass er polnisch ist. Und zum Schluss bei Besprechung Nummer 3, da fragen wir uns, was liegt denn tief unten im See drin? What lies below? Da spielt eine Schlange mit und Mina Suvari, die kennt man noch aus American Pie. Für alle, die sich gefragt haben, was die jetzt so macht, die spielt in solchen Streifen mit. Dann jetzt mal viel Spaß für eure Ohren. Nach dem Hören über Feedback, da freuen wir uns eigentlich auch über. Von dem her, lasst irgendwas da. Liebe Grüße, euer Telestammtisch. Physical, die neue Serie bei Apple TV Plus mit Rose Byrne in der Hauptrolle ist heute unser Thema und das Ganze spielt in der amerikanischen Kulturgeschichte der frühen 80er Jahre. Olivia Newton-John war in den Charts und Spandex regierte die Welt. Ich habe noch nie in meinem Leben Spandex getragen. Hallo, ich bin der Mo vom Telestammtisch und bei mir ist die entzückende Britt-Marie. Spandex und Britt-Marie, passt das? Physical ist aber unser Thema. Zehn Folgen, 30 Minuten und gleich rein ins Geschehen. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich war zwischendurch froh, dass es nur so ungefähr halbstündige Episoden waren. Ich fand es ein bisschen zäh zwischendrin. Grundsätzlich, ja, Gott sei Dank, du auch. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt nach der Beschreibung, die ich gehört hatte. Also die Beschreibung, die wir hatten oder die ich hatte, war, dass besagte Hauptfigur eben Sheila Rubin aus ihrem Hausfrauenleben der 80er, dem langweiligen Hausfrauenleben ausbricht, indem sie eben Aerobics für sich entdeckt und da sich ihr eine ganz neue Welt öffnet. Und ich dachte so, toll, super, so ein bisschen Happy-Go-Lucky mit vielleicht ein bisschen Minidrama oder so, aber das war es ja dann irgendwie gar nicht. Ja, genau das, ich hatte exakt dasselbe. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, jo, von der Optik her finde ich hier Glow wieder und das ist eine Serie, die ich schmerzlich vermisse und eine starke Frauenrolle. Und Rose Byrne mal in der Hauptrolle finde ich auch gut, die geht in anderen Filmen oftmals unter meiner Meinung nach. Und dann kriege ich hier zehn Episoden, A, eine halbe Stunde, die sich aber tatsächlich anfühlen wie anderthalb Stunden richtig Workout. Ja, also ich fand, zum Ende hin hat es sich gesteigert, aber dafür muss man halt erst mal fünf Episoden, sechs Episoden durchhalten. Da die dann nur eine halbe Stunde sind, ging es, aber die halbe Stunde fühlte sich durchaus auch locker mal wie eine Stunde an. Also es war so ein bisschen so, was war denn das, was eben genauso nicht war, wie ich es erwartet hatte? Also so ein bisschen dieses Happy-go-lucky, das war ja irgendwie gar nicht. Also ich hatte gedacht so, sie bricht aus, sie verwirklicht sich selber und sowas. Das war irgendwie so überhaupt nicht richtig der Fall. Diese Figur, diese Hauptfigur, die ist extrem anstrengend, weil sie eben so ein anstrengender Charakter ist. Also ich glaube, die geht sich irgendwie auch selber auf den Keks. Und leider ging sie mir damit auch auf den Keks. Ja, also sehr, sehr streng, sehr sarkastisch. Du hast immer wieder innere Monologe, die dir als Zuschauer eben vorgespielt werden. Und diese innere Stimme, mit der sie sich selber auseinandersetzt, die ist auch extrem schwierig. Also die ist sehr sarkastisch, sehr bösartig und manches Mal doch ein bisschen, wie sagt man, closer to home, als ich mir das gewünscht hätte. Ich dachte, oh Scheiße, also will ich mich damit auseinandersetzen? Nee, Probleme habe ich genug selber. Also das muss nicht sein. Ja, du sagst alles, was ich jetzt auch sagen würde, ist tatsächlich so. Sie ging mir sehr auf den Keks, auch der überbordene Sarkasmus und das immer schnippisch sein und das immer biestige Antworten geben. Ich weiß auch nicht so ganz genau, was dieser Subplot sollte mit der Vorgeschichte, dass die beiden eigentlich linke Revoluzzer waren, weil da hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Und du sagst, das Allerwichtigste ist tatsächlich, man muss die Hälfte der Sendung sehen, um die erste Steigerung mitzubekommen. Und dann wirst du da an diese Angel genommen und dann hängst du jetzt in der Luft, weil die Showrunnerin ganz sicher ist, dass es eine zweite Staffel geben wird. Denn genau darauf läuft es ja hinaus. Oder sie hofft einfach, dass diese ganze Hommage an das Ethos der 80er ausreicht, mit viel Sarkasmus ganz viele Leute hinterm Ofen vorzulocken. Also ich glaube nicht. Es gab ein paar Aspekte, die mir tatsächlich gefallen haben. Also dahinter steckt ja, weil du gesagt hast, die Showrunnerin, dahinter steckt ja Annie Weissmann und die hat unter anderem Desperate Housewives gemacht. Und Desperate Housewives ist ja auch so eine Serie, die sehr, sehr sarkastische Figuren drin hat. Da funktioniert das. Physical hängt und steht mit der Hauptfigur. Und Rose Byrne macht das grundsätzlich, finde ich, nicht schlecht. Also dafür, dass das Ganze an ihr alleine hängt, macht sie das schon gut. Aber die Geschichte, die zieht nicht. Und es gibt ein paar Aspekte, die haben mir gefallen. Also ich glaube, da spielt auch so ein bisschen diese linke Revolution-Vorstory rein, wodurch dich gefragt hast, was sie da eigentlich zu suchen hat. Also ich finde, es spiegelt sehr schön die Kultur und den Alltag der 80er wieder. Also das finde ich ist ganz gut gelungen. Vor allen Dingen auch aus der Perspektive der, ich sage jetzt mal Hausfrau und Ehefrau. Also es waren zwar die 80er und alles war so ein bisschen Revoluzzer, aber im Grunde hat die Frau ja nichts zu Hause zu sagen. Also die hat da einen Ehemann und die hat eine Tochter. Und der Ehemann erwartet, dass sie schön Kaffee einschenkt und das Geld schön spart und immer schön kocht und den Haushalt macht und so weiter. Also dass sie da in ihrem Hausfrauen-Dasein gefangen ist, das finde ich, wird ganz gut porträtiert. Also das hat mir ganz gut gefallen und auch dieses linke Revoluzzer, verspätete Hippietum. Es ist ja San Diego auch, das ist ja auch so ein bisschen hippiemäßig gewesen in den 70ern. So das übrig geblieben aus den 70ern. Also diese hohen Träume und hehren Ideale, die man gehabt hat und die sich dann aber nicht verfüllt haben. Stattdessen ist man eben in so einem spießigen Alltag gelandet, eben als Ehefrau, Mutter und auf der anderen Seite eben als Lehrer. Also schwierig. Ja und sehr schön fand ich auch den Vergleich immer. Also dieses ständige, man vergleicht sich immer mit den anderen Leuten drumherum. Also wer hat das bessere Auto, wer hat das bessere Haus, wer ist irgendwie hübscher oder jünger oder intelligenter. Also dieses ständige Vergleichen und so, das ist ja auch eine Kultur, die man so eigentlich auch kennt. Ich bin da nicht so ganz so harsch zu mir selber, aber das fand ich auch ganz in einigen Punkten ganz gut erfasst. Aber wie gesagt, es macht es anstrengend. Genau, das macht es anstrengend. Und also mein Fazit ist ganz klar, ich habe das geguckt, es hat mich nicht weiter tangiert. Es ist keine Liebe entstanden zwischen mir und Sheila und deswegen ist das für mich hier also zwei von fünf. Und die zweite Staffel könnte mir nicht egaler sein. Ja, ich würde dem ganzen 2,5 geben, also ein Tickchen besser als du, aber grundsätzlich stimme ich dir da voll zu. Ich würde halt gerne tatsächlich noch wissen, ob sie es denn jetzt rausschafft aus ihrer Ehefrau und Hausfrauengeschichte. Denn, ob das wirklich alles so ist, bleibt ja auch offen. Also man ist sich nicht ganz sicher, ob das, was wir sehen, Vorstellungen sind oder ob das wirklich passiert. Also allein deswegen würde ich gerne wissen, wie es ausgeht. Vielleicht gucke ich die zweite Staffel, die letzte Folge oder so. Mal gucken. Ja, also macht euch euer eigenes Bild bei Apple Plus ab 18. Juni. Britt, kurz und schmerzlos, ich danke dir. Sehr gerne. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer beim Tele-Stammtisch. Hier sind wir mit einer neuen Filmfolge, bei der wir euch eine Kritik vorstellen zu der spannenden Doku Courage. Und ich bin hier mit Marco. Hallo. Und sehen könnt ihr den Film demnächst auf der Berlinale, dem Summer Special des Festivals. Es findet statt, es gibt Kinos. Und wenn ihr jetzt sagt, wir sind aber gar nicht in Berlin oder haben unsere Reise nicht so geplant, dass wir zwischen dem 9. und 20. Juli, wenn das Festival denn hier in Open-Air-Orten stattfindet, vor Ort sein können, dann gibt es den Film auch ganz bestimmt entweder, wenn die Kinos aufbleiben, dort zu sehen oder online. Dazu haben wir ja bisher noch keine konkreten Daten. Es ist aber anzunehmen und wir halten euch den auf dem Laufenden. So, worum geht es denn jetzt? Ja, das ist eine Dokumentation aus Weißrussland, Belarus, die sozusagen über das autoritäre Regime des Staatsoberhaupts Lukianenko berichtet. Und wir begleiten hier drei, das sind es, Theaterdarstellerinnen, Theaterdarsteller, die in sozusagen einer Untergrundtheaterriege spielen. Sie haben das Staatstheater verlassen, auch weil sie halt geprägt von Zensur und so weiter und so fort. Und wir begleiten diese drei auf ihren unterschiedlichen Wegen und sehen, wie sie sich sozusagen während dieser Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 den friedlichen Protesten rund um die Präsidentschaftswahl halt einfach dort anschließen und versuchen, halt die Oppositionspolitikerinnen zu unterstützen und Machtwechsel einfach voranzubringen. Genau. Und das Ganze ist sozusagen das Debüt von Al-Jaxay Palulian, der vorher zwei Kurzfilme gemacht hat und jetzt hier sozusagen einen dokumentar langen Film gemacht hat. Genau. Und in Belarus ist ja diese Situation jetzt auch so, dass es überhaupt nicht nur einfach nicht nur möglich ist, für die Leute nicht mehr aufzutreten, sondern man muss das genau sagen, sie werden auch ganz konkret verfolgt, sie werden eingesperrt, die Leute werden ermordet. Und das ist also nicht nur die, ja durchaus auch für uns hier in Deutschland aktuelle Frage, was ist uns Kunst wert oder was ist uns Theater wert, was wollen wir opfern oder was sind wir bereit zu geben, um diese Erfahrung zu haben? Und was bedeutet das für einen Start, wenn diese essentielle kritische Funktion des Theaters oder der Kunst im Allgemeinen Theaters jetzt das akut die Protagonisten des Films betreffende Beispiel, aber es geht ja noch weiter über Malerei, über Literatur, Poesie und ähnliche Ausdrucksformen, wenn das nicht mehr da ist. Das sind Fragen, die der Film angreifen will. Und wie findest du das, Marco? Gelingt ihm das? Zu teilen würde ich sagen, ja, wir sehen ja unter anderem den Regisseur, diese Untergrund-Theater-Gruppe, wie er sozusagen ja via Skype aus seinem Exil heraus irgendwie sein neuestes Theaterstück plant und so weiter. Da gelingt es ihm schon irgendwie so ein Unbehagen aufzubauen und er sagt ja auch immer wieder, hier und da gibt's Zensur, dieses Stück wurde verboten oder wurde zensiert, darf nicht mehr aufgeführt werden. Also da gelingt es schon. Ich find aber so dieser ganzen Größe, dieses ganzen autoritären Regimes dort in Weißrussland, in Belarus, das wird der Doku nicht ganz gerecht. Kann sie es wahrscheinlich auch einfach nicht, aber zeigt ja jetzt nur einen Teilaspekt halt eben diese drei Leute in oder während der Präsidentschaftswahl. Das ging mir damit ähnlich, dass ich auch das Gefühl hatte, dass hier die komplexen Umstände nur angerissen werden. Die gleichen Protagonisten waren ja schon mal vor rund 17 Jahren in einem Film, nämlich damals gab es von Madeleine Zegler einen sehr interessanten Film, Dangerous Acts starring the unstable elements of Belarus. Da gelang das für mich zum Teil besser, auch diesen Konflikt und dieses Engagement hervorzubringen. Hier im Gegensatz dazu verliert es sich dann manchmal in den persönlichen Lebensbildern der Figuren und man hat den Eindruck, dass der Film uns zwar ganz viel Footage zeigt von Demonstrationen, aber die Stimmung nur begrenzt rüberkommt. Dieses akute Gefühl der Bedrohung stellt sich nicht immer ein. Und dann fehlt mir auch so eine Richtung, dass da ein konkretes Statement oder sowas dergleichen gemacht wird. Was bedeutet es dann jetzt, wenn die Kunst fehlt, denn diesen Rückschluss? Dass das eigentlich schon heißt, dass die Diktatur gewonnen hat in dem Moment, wo Kunst nicht mehr zugänglich und nicht mehr präsent ist, denn das heißt Zensur. Das wird nicht gemacht. Und Marco, wenn du vielleicht einen ähnlichen Eindruck hattest, worauf würdest du das zurückführen? Boah, gute Frage. Kann ich so gar nicht gerade drauf reagieren? Also ich kann ja vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Einen Gedanken, den ich immer hatte und der im Film zwar nicht direkt angesprochen ist, aber in einigen Bildern doch durch Details auftritt. Man sieht bei Demonstrationen und Kunstgebungen zum Beispiel Menschen mit diesen typischen Masken und wir wissen, es ist die Zeit der Pandemie. Es ist die Zeit, wo international viele Lockdowns waren. Zurzeit, gegenwärtig jetzt im Sommer werden sie selbst in Ländern, die wie Deutschland noch relativ hinterherhängen mit Impfungen und so weiter, etwas gelockert. Und ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass dieser Faktor dazu geführt hat, dass der Film eine ganz andere Richtung genommen hat, als es der Fall gewesen wäre, wenn das alles vielleicht gar nicht passiert wäre. Wir stellen uns einfach vor, fiktiv, es hätte nie eine Panik gegeben, alles wäre normal seinen Gang weitergegangen. Dann würden Leute wahrscheinlich sofort sagen, ja das geht doch nicht, dass der Staat alle Theater und so weiter dicht macht, man muss für die Kunst kämpfen und wenn man dann aber reflektieren muss und sagen muss, Moment mal, was ist denn jetzt gerade hier der Fall? Alles ist zu, alles ist geschlossen und das nicht immer freiwillig, auch wenn die Leute hier nicht ins Gefängnis gesperrt werden, beziehungsweise es gab ja meines Wissens keinen Fall, wo irgendeine Kultureinrichtung ganz vehement protestiert hätte oder gesagt hätte, wir machen weiter offen und warten, bis die Polizei kommt und uns zwangsläufig schließt oder dergleichen, meines Wissens gab es keine solche Konfrontation. Aber wenn es sie gegeben hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit in keiner Form da gewesen wäre, dass im Gegenteil es geheißen hätte, wie können die das wagen, so gegen den Staat aufzubegehren. Und das gibt dem einen sehr, sehr zwiespältigen Ton. Ja, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Die Pandemie-Situation dort hat halt, sag ich mal, andere Sachen nochmal wieder begünstigt. Da haben wir ja auch keinen Einblick. Ich hatte nur im Vorfeld nochmal gelesen, dass das Staatsoberhaupt das ja sowieso auch ein bisschen runtergespielt hat, die ganze Situation damals rund um das Coronavirus und die Pandemie. Und wir haben ja auch gesehen, dass... Ja, und das führt ja wieder... Also das war für mich diese... Genau, du zuerst? Dass sie ein Stück sozusagen ja aufgeführt haben, gerade zum Ende hin. Was ich auch sehr loben muss. Also da kamen auch nochmal durchaus Emotionen hoch und Gefühle irgendwie. Also das war schon ein ziemlich beklemmendes Stück, was dort aufgeführt wurde, ja. Und das hat für mich eben auch zu einer Frage geführt, die ich im Film gern gebündelt gesehen hätte, aber wo ich den Eindruck hatte, dass die Handlung oder dieses Konstrukt, diese Inszenierung immer darum rumlaviert. Nämlich, das Argument ist ja durchaus ähnlich. Auch wenn in Belarus Kunst unterdrückt wird, wenn sowohl literarische Autoren als auch Bühnengemeinschaften oder Konzeptkünstler verfolgt werden, das Argument ist, das geschieht zum Wohle des Volkes, dann sind diese Argumente, die hier in anderen Ländern von Regierungen angewendet werden, wenn das heißt, wir machen einen Lockdown, ja, aber es geschieht im Wohle des Volkes. Und die Frage ist eben, gibt man diesem Argument recht oder sagt man, freiheitliche Werte sind höher? Und das ist eben eine Frage, die sich auch diese Figuren ganz konkret auf anderer Ebene stellen müssen, wenn nämlich sie, aber auch ihre Verwandten, ihre Freunde bedroht sind. Dass man nicht nur sagt, ich entscheide darüber, was mit mir passiert und ich setze mich einem Risiko aus, sondern dass man überlegen muss, wenn ich dieses Risiko eingehe, bringe ich auch andere Menschen in Gefahr, was ja vielleicht was ganz anderes ist. Man kann sich selber mit einer Hand über den Abgrund hängen, aber jemand anderen in die gleiche Situation zu bringen, ist ja eine viel kritischere Frage. Und dieser intensive Konflikt, da hätte ich mir gewünscht, dass der Regisseur noch viel mehr den Finger in die Wunde legt, denn das ist es ja auch, womit sich, denke ich, jeder in der gegenwärtigen Situation zum Teil oder hoffe ich zumindest, identifizieren kann die Frage, wie viel einmal darf ich selber wagen, wenn es impliziert, dass ich andere gefährde. Ja, auf jeden Fall. Also es wird ja kurz angerissen, der eine Schauspieler, der jetzt ja Monteur ist oder Kfz-Mechaniker, hat ja gesagt, er hat ja zum Teil auch aufgrund seiner familiären Situation so ein bisschen Abstand davon genommen und zum anderen aber auch, weil er halt auch einfach, er steht auf einer schwarzen Liste oder welche Farbe auch immer die Liste haben soll und kriegt keine Rollen mehr, weil er eben halt Kritiker ist gegenüber dem Regime und so. Und auch das Thema Flucht eben nach Polen oder Litauen, glaube ich, wird immer wieder angerissen, aber nie wirklich groß thematisiert. Also das fand ich auch ein bisschen schade sozusagen. Also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr vielleicht gewünscht. auch eben zum Beispiel der Regisseur, den wir halt immer mal wieder nur über Skype sehen, seine Geschichte hätte mich auch interessiert. Wie kam es dazu, dass er eben jetzt, keine Ahnung wo, in Litauen, Polen oder sonst irgendeinem anderen Land außerhalb von Belarus sitzt? Das wäre vielleicht nochmal so ein bisschen, hätte ein bisschen mehr die politische Situation oder die Dramatik eben halt dieser Zensur vielleicht nochmal verdeutlicht, ja. Damit haben wir also schon einen ziemlich guten Fokus gegeben, wohin euch die Doku führt. Gibt es denn für dich jetzt noch was Wichtiges, was du, bevor wir langsam zum Fazit übergehen loswerden möchtest, was dir aufgefallen ist an der Inszenierung oder allgemein? Ich fand die Inszenierung, ja gut, das würde schon, glaube ich, zu weit ins Fazit gehen. Also von mir aus kann ich dann ganz, kann ich dann gleich schon mein Fazit geben. Ja. Außer du hast noch was. Nein, ich wäre dann auch, dann können wir direkt dazu übergeben. Genau. Ja, zur Inszenierung ist halt für mich eine typische Dokumentation, zeigt die drei oder unsere drei Protagonisten relativ dicht und auch gut. Und irgendwie während dieser Demonstration, während der Proteste, ich hätte mir allerdings in der Inszenierung dann halt vielleicht nochmal gewünscht, dass wir dichter dran gewesen wären an, also was wir gesehen haben, waren relativ friedliche Proteste. Ich hätte es mir gewünscht, wenn wir nochmal wirklich die Repression des Staates mehr gesehen hätten. Wir haben es nur ab und zu mal außer Ferne gesehen oder gehört, dass da Blendgranaten hochgegangen sind und so weiter und so fort. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir wirklich mittendrin gewesen wären. Das erzeugt für mich immer nochmal so ein bisschen krasseres Bild, ein deutliches Unbehagen und so. Nichtsdestotrotz finde ich, macht der Regisseur hier ein unglaublich wichtiges Thema auf, gerade weil es auch ein Land innerhalb der EU betrifft und da halt irgendwie Machenschaften oder politische Machenschaften zutage getragen werden, die halt, sag ich mal, in einer Demokratie, in der man eigentlich leben sollte, nicht gehen und nicht machbar sind. Und gerade die Zensur von Kultur, die uns ja alle auch irgendwo betrifft, ob es jetzt Theater ist, Film, Radio oder auch Podcasts, sind halt Themen, die uns irgendwie bewegen und von daher finde ich es schon ein unglaublich wichtiges Thema, was der Regisseur hier aufmacht und insgesamt sehr sehenswerte Dokumentation. Auch ich möchte in jedem Fall eine Empfehlung aussprechen, schon allein wegen einiger intensiver Szenen und auch Themen, die in unserer Zeit kaum noch angesprochen werden. Man merkt da, dass dieser große Druck des Stillschweigens, weil jeder Angst hat, nicht der political correctness zu genügen, diese Gegenüberstellung von politischem Theater im Angesicht des politischen Terrors war für mich sehr spannend und wenn auch manchmal der Fokus oder die klare Linie fehlt, so bleibt doch immer noch genug von einer ziemlich flotten Inszenierung. Der Film ist rund 90 Minuten lang, um sich daran aufreiben zu können und viel Diskussionsmaterial im Nachhinein zu haben. Es ist sicherlich auch ein Film, der sich lohnt, in einer Gruppe oder mit anderen anzuschauen und wie gesagt, es gab schon mal einen Film zu diesem Thema von Madeleine Sakura, den könnt ihr einfach auf der IMDB finden, wenn ihr euch weiter über diese Gruppe informieren wollt oder vielleicht auch einige ihrer Stücke euch online anschauen. So, und das war's wieder mit einer Folge vom Tele-Stammtisch. Wir verabschieden uns dann. Marco, du sagst zuerst Tschüss. Tschüss. Ciao, bis nächstes Mal. Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtischhörer. Hier ist Tilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um den Film What Lies Below, ein amerikanischer Film aus dem Jahr 2020 und ich habe ein kleines Problem, denn ich habe den Film gar nicht gesehen. Ist aber eigentlich gar kein Problem, denn ich habe den lieben Lasse bei mir. Grüß dich, Lasse. Hallo. Du hast den Film sehen dürfen und jetzt bin ich mal ganz gespannt. Erzähl mir doch bitte, worum geht es denn in dem Film überhaupt? Es geht um die jugendliche Liberty Wells, die nach einer kleinen Zeit im Camp zu ihrer Mutter zurückkommt, die wohnen aktuell in einem Haus, welches Liberty geerbt hat von ihrem Großvater und es stellt sich heraus, ihre Mutter Michelle hat sich einen neuen Freund geangelt und zwar den sogenannten John Smith und im Prinzip, ja, die verstehen sich richtig gut. Liberty fühlt sich auch in gewissem Sinne zu ihm hingezogen zuerst, bis sich so nach und nach herausstellt, dass irgendetwas an diesem Kerl, der nebenbei auch noch Forschungen über die Flora und Fauna dort an dem nahen Bach und Fluss vornimmt. Irgendwas ist bei dem nicht ganz im Reinen und nach und nach spitzen sich die unheimlichen Ereignisse immer mehr zu und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, ohne super zu viel zu verraten, denn auch der Trailer gibt nicht sofort alles preis. Das ist ja immerhin was. Oft ist es ja leider so, dass die Trailer schon ein bisschen zu viel spoilern und wir wollen hier natürlich überhaupt nicht spoilern beim Tele-Stammtisch, aber wenn ich so den Inhalt höre, das klingt so ein bisschen bekannt, so, Mama hat einen neuen und die pubertierende Tochter, ja, fühlt sich vielleicht ein bisschen hingezogen. Geht es so in Richtung Lolita und so diese französischen Filme vielleicht sogar aus den 70ern? Das hat nur ganz leichte Spuren davon, weil es gibt definitiv an einem bestimmten Punkt eine sexuelle Spannung zwischen den beiden. Okay. Jedenfalls, was den, was den John Smith selbst angeht, von Liberty ist er eher passiv, sie ist auch jetzt nicht wirklich mega doll an so Jungs interessiert, sie gibt sich nicht irgendwie die Mühe durch ihre Klamotten jetzt attraktiv auszusehen, sie läuft halt so eher schlabberig um und so weiter. Und deshalb, sobald sie dem Stiefvater in Spee sozusagen begegnet, da ändert sich ihre Einstellung dazu und sie zieht sich gleich halt so ein leicht aufreizendes Kleid an und so weiter, bis sie dann irgendwann, bis es zu einem bestimmten Moment kommt, wo sie dann denkt, eh, irgendwie nee, der Typ ist creepy. Ah. Okay. Also es geht dann ein bisschen weg von vielleicht so einem Erotik-Drama, aber vielleicht eher zu einem Thriller hin. Kann das sein? Ja, ja, ganz genau. Definitiv Thriller. Was, wo ich so ein bisschen Vibes hatte hier und da, war The Stepfather. Davon gibt's ja auch ein Remake sogar. Und das hatte ich hier und da so ein bisschen die Vibes von, eben auch in der Art und Weise, es hat mich so vom Filmischen her ein bisschen an das Remake erinnert, weil es ist ein sehr modern aussehender Film, halt von der Kameraqualität her sehr digital. Es hat jetzt nicht irgendwie jetzt mega viel Finesse in bestimmten Setups oder wie auch immer. Ich kann mir denken, da war vielleicht ein ziemlich kleines Budget, aber daraus haben sie nicht unbedingt das Schlechteste gemacht. Okay. Zu erwähnen ist vielleicht der Regisseur, ein gewisser Brayden R. Dümmler, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Darsteller sind Emma Horwath, Troy Iwata, Danny Corbo und Mena Suari. Wie schlagen die sich denn so, die Darsteller? Das Lustige ist halt, Troy Iwata und Danny Corbo, die sind nur in der ersten Szene und dann sofort wieder weg. Ich weiß es nur wirklich, in dem Darsteller halt, wer hat den neuen Freundsspiel, das Trey Tucker. Ich fand tatsächlich das Schauspiel mehr als solide. Ich habe nämlich, nachdem ich den Film gesehen habe, Gott sei Dank erst nach dem Film, habe ich ein bisschen auf IMDb gestöbert und mir User Reviews durchgelesen. Okay. Und da kriegt der, da wird der Film durch die Bank weg zerrissen. Aha. Also es ist wirklich halt so viele Einstern, 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 irgendwie schlechteste Film. Worst Film I've ever seen, ja, ja. Oh ja, 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 schlechtestes Schauspiel ever, bla, bla. Das fand ich halt gar nicht. Ich fand, die Schauspieler haben sich hier sehr gut geschlagen. Und was mich überrascht hat, ich hatte den Trailer gesehen, ich habe sie nicht erkannt. Mina Suari spielt die Mutter. Und Mina Suari werden die meisten garantiert kennen als das Objekt der Begierde von Kevin Spacey in American Beauty. Ja, natürlich. Und bei American Pie, natürlich. Oh ja, sie war auch in American Pie, ja. Aber, ähm, ja, und sie, sie, ihre, ihre Karriere hat jetzt nicht so den riesen Kickoff gehabt nach American Beauty. Sie war halt in Zeug, aber halt nicht irgendwie in so jetzt etwas, wo man denkt, oh ja. Aber sie, sie ist sehr gut hier, definitiv. Und halt, sie ist immer noch, also eine wahnsinnig hübsche Frau mit sehr viel Charisma. Sie passt definitiv als diese Art von Mutter, die so ein bisschen herumschwere Nöte hat auch. Finde ich sehr witzig, weil zuerst, wo ich gesehen habe, Mina Suari spielt mit, habe ich gedacht, sie ist die Tochter. Aber die Zeit ist natürlich schon lange vorbei, als sie noch so ein Teenie-Girl gespielt hat. Aber dachte, das ist so eine Berufsteenagerin geworden, was Schauspielerrollen betrifft. Aber okay, nein, sie kann inzwischen Mutterrollen spielen. Und du meinst, sie macht das ganz okay. Sie macht das gut, ja. Es hat definitiv so ein bisschen, sie steht so ein bisschen neben sich manchmal als Figur. Ist so ein bisschen passiv. Sie hat sich so an ihn herangeschmissen. Aber halt, nach und nach finden wir heraus, da ist vielleicht auch noch was anderes im Spiel, was eben dazu führt. Emma Horroth macht einen sehr guten Job, fand ich. Sie ist eine gute Identifikationsfigur als die Tochter. Und Trey Tucker ist angemessen charismatisch am Anfang, also charismatisch anziehend und aber dann eben auch creepy, wenn es drauf ankommt. Okay, gut. Woher kennt man jetzt die Tochter her? Aus welchen Filmen? Ich habe sie noch nie irgendwo gesehen. Sie kam mir halbwegs bekannt vor, aber sie ist diese Art von Teenie-Darsteller. Ich sehe gerade, sie spielt in der Herr der Ringe-Serie mit, die bald kommen soll. Oh ja, da wird sie mitspielen, sie ist, aber sonst ist das hier größtenteils halt B-Ware. Du hast hier The Gallows Act 2, von dem ich bis vorhin gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Oh Gott. Aber sie macht, nein, sie macht ihre, sie spielt ihre Rolle gut hier. Ist nicht irgendwie halt nervig, moody Teenager-Bratze, sondern sie ist angemessen liebenswert. Wir folgen ihr gern und möchten gerne in Geheimnis auf den Grund gehen. Das Ding ist, selbst wenn man den Trailer nicht gesehen hat, ist vergleichsweise schnell klar, worauf das ungefähr hinausläuft. Und Trey Tucker dann als Bösewicht, kommt der auch creepy genug rüber? Extrem, ja. Also der macht einen richtig guten Job. Er ist am Anfang halt relativ sexy anziehen, er ist charmant zu ihr, macht ihr Geschenke, bla bla bla. Und dann nach und nach halt stellt sich heraus, was zum Fuck ist mit dem Los halt. Das ist, er macht, er macht, er macht creepy Sachen. Und was ich sehr gern mochte an dem Film, einmal keine Jumpscares, was nett ist. Gegen Ende, gegen Ende gibt es irgendwie, glaube ich mal, ein lautes Geräusch oder so. Aber ansonsten verlässt sich der Film sehr auf langsamen Aufbau. Und dann wird das auf eine sehr natürliche Art und Weise gelöst, ohne dass sie dir ins Ohr schreien irgendwie. Und sie arbeiten ganz, ganz toll mit Vorder- und Hintergrund, wo irgendwie unsere Heldin befindet sich im Vordergrund. Im Hintergrund ist irgendetwas, wir wissen nicht genau, was passiert da. Und es ist creepy. Also es sind wirklich gute Setups und sehr, sehr schöne Szenarien, wo man dann im Hintergrund irgendetwas sieht. Und oh, was ist das? Das Gruselige ist halt eben das, was man wirklich nicht sehen kann. Und ich schätze halt mal, sie konnten auch nicht super viel zeigen. Ich schätze mal, dieser Film war extrem kostengünstig produziert. Ich meine, das spielt auch größtenteils nur an einem Ort. Okay. Aber sie machen, sie machen was Gutes draus. Okay. Gut, jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, dass der Film jetzt bisher bei der Kritik nicht so gut wegkam. Würdest du dich dem anschließen? Das ist eben das Ding. Für eine ganze Weile saß ich davor und dachte mir, das ist weder so trashig noch so blöd, wie ich erwartet hatte. Das ist tatsächlich relativ spannend auf dieser Thriller-Schrägstich-Horror-Ebene. Auch wenn ich halt vom Trailer ungefähr wusste, was ungefähr wird passieren. Aber ich war halt trotzdem interessiert daran, wie lösen sie es auf in irgendeiner Form. Das Problem ist, man kann erst ein paar von den Kritiken wirklich nachvollziehen, wenn man ihn dann zu Ende gesehen hat. Denn was dem Film extrem wehtut, ist tatsächlich das endgültige Ende. Und da kann ich halt nichts vorwegnehmen, selbstverständlich. Aber das ist etwas, was viele Leute mit einem großen Fragezeichen zurücklassen wird, einerseits. Und andererseits auch sehr enttäuscht, weil man ab einem bestimmten Punkt wartet man irgendwann auf diese Art von Money Shot. Wo man dann denkt, jetzt geht's irgendwie los, jetzt wird's in irgendeiner Form so richtig crazy und jetzt wird's dann so richtig horrorgruselig. Und darauf warten wir vergeblich halt. Es endet auf eine Art und Weise, wie halt irgendwie so Pseudo-Kunstfilme enden könnten fast schon. Und es ist halt sehr, sehr ... Mir kommt es fast so vor, als wäre ihnen tatsächlich am Schluss das Geld ausgegangen und sie mussten schnell irgendwas zusammenschmeißen. Das klingt nicht gut. Ich schätze mal, dass ... Ja, das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Es klingt nicht gut, es ist auch nicht gut. Weil das größtenteils davor halt, ein Szenario, das ich so schon kannte hier und da, ist größtenteils wirklich relativ effektiv ausgespielt. Aber dann werfen sie innerhalb der letzten zwei Minuten noch so viele, noch irgendwie drei zusätzliche Ideen in den Ring und Möglichkeiten. Was genau könnte das jetzt sein? Und was genau hat es damit auf sich? Und du kriegst keine eindeutige Antwort. Und ich meine, man muss ja nicht immer super eindeutig, es kann auch ein bisschen vager sein. Aber hier ist es halt, du weißt nicht, was zum Fuck. Also es ist, der Film hat nicht wirklich ein Ende. Er stoppt einfach an einem bestimmten Punkt. Und ja, das ist ein Problem. Okay. Mit sowas habe ich ehrlich gesagt auch oft ein Problem. Das ist auch das größte Problem, was ich bei den meisten Filmen beim Fantasy-Filmfest inzwischen habe, die aus diesem Genre sind. Dass das Ende einfach nicht stimmig ist, wo ich mir denke, es war ja alles da. Die Darsteller und der Look und die Kamera waren alles okay. Aber dann ist die Story halt irgendwie doof oder sie finden kein befriedigendes Ende. Und würdest du sagen, in diese Kategorie fällt dann dieser Film? Ja, total. Der wirkt tatsächlich wie so ein Fantasy-Filmfest-Kandidat. Ich weiß nicht, ob er da eventuell auch gespielt hat. Aber das wirkt so ein bisschen wie so ein Film in dieser Größenordnung. Ich meine, es ist nicht super eklig, voyeuristisch in irgendeiner Form. Es ist kein Splatter-Film auch. Es ist ein schleichender Creepy-Horror, der da passiert mit sehr effektiv eingesetzter Kamera und so weiter für das wenige Geld, das sie garantiert hatten. Es ist nicht exploitativ. Aber am Schluss bleibt dann einfach wirklich gar nichts. Und du sitzt dann eigentlich mit einem Fragezeichen im Gesicht davor und denkst dir, okay, ja toll. Am Schluss hat man eigentlich wirklich nichts gewonnen. Würdest du mir als Genre-Fan den Film jetzt empfehlen oder eher nicht? Also wie gesagt, das ist eben das Ding, weil man am Schluss auch nicht genau weiß, in welches Genre man ihn richtig einordnen soll wirklich. Der Film will vieles. Ich wünschte, er hätte sich irgendwie auf eins davon konzentriert oder vielleicht auf zwei. Ich meine, er ist definitiv, wenn einem so ein bisschen der Sinn nach halbwegs Slow-Burn-Horror steht. Also halt wie gesagt, es ist nichts mit Jumpscares und Gore zugekleistert. Und halt wie man halt wirklich, weil ich fand es teilweise echt gruselig. Und wo ich halt dachte, das kann man mal schauen. Aber dann das Ende ist so dieses Riesenproblem davon, wo man dann letztendlich es bereut. Weil man denkt, hier gibt es interessante Möglichkeiten und keine davon kommt zu irgendeiner Auflösung. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Würdest du mir empfehlen oder nicht? Halb, halb. Wenn du extrem neugierig bist, würde ich sagen, check it out. Aber es gibt sehr viel bessere Kandidaten aus diesem Bereich, die man sich anschauen könnte. Okay, dann gib doch mal bitte deine Bewertung ab. Wie viel, keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Was kann man geben von fünf? Würdest du dem Film geben? Riesenkaulquappen? Ja, okay. Das ist auch kein Spoiler, weil der erforscht im Prinzip so Riesenkaulquappen. Gut, dann machen wir Riesenkaulquappen. Wie viele Riesenkaulquappen von fünf würdest du dem Film geben? Oh, das ist schwierig. Ich schwanke zwischen zwei und 2,5. Weil ich halt denke, hätte das ein Befriedigungsende gehabt, dann wäre der durchaus so im Dreierbereich gelandet. Aber so gesehen ist es leider, es ist nichts Halbes und nichts, ja, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes letztendlich. Was schade ist, so viel, so viel wirklich die ersten, die ersten zwei Drittel oder die ersten drei Viertel sogar, wo ich dachte, meine Güte, das Ding ist solide, das ist ein solides Teil. Und dann kommt das Ende. Es ist halt doof. Und ich meine, der fühlt sich nicht, es ist anderthalb Stunden, es ist locker flockig, guckt man sich das weg. Wenn ich irgendwie herausfinden würde, das war einfach nur eine Gruppe von Filmstudenten, die das gedreht hat, dann würde ich sagen, Hut ab, Respekt, toll. Weil, ähm, also da würde ich halt auch in dem Sinn dann das Ende verzeihen. Und irgendwann, da waren wir hier, hier waren halbwegs, hier waren ein paar halbwegs professionelle Leute halt beteiligt. Ja. Und, äh, ich schätze mal, wenn ich noch ein bisschen was mehr zusammengekratzt hätte, ich weiß nicht. Also es ist zwischen 2 und 2,5, weil es ist halt eine gewisse Enttäuschung dabei. Und, äh, aber es gibt wirklich soliden Scheiß in dem Film. Ja, gut, ganz ehrlich muss ich jetzt sagen, nach, äh, deiner Review würde ich jetzt, äh, den Film eher nicht, äh, anschauen. Ich glaube, da wäre mir die Zeit dann zu schade drum, um am Schluss enttäuscht zu werden. Aber, ähm, kann ja sein, dass es euch anders geht zu Hause. Ähm, Lasse hat ja schon gesagt, für manche Leute ist der Film bestimmt ein Blick wert. Aber, äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, gibt es sonst noch was zu dem Film zu sagen? Ja, durchaus. Äh, letztendlich gar nichts. Der Score ist, äh, minimalistisch und wirkungsvoll. Also, äh, auf eine gute Art innervierend. Äh, wenn auch ein bisschen einseitig. Äh, für das wenige Budget haben die da ein paar, äh, nette Shots drin. Äh, das Schauspiel ist sehr gut. Ähm, und ja, äh, relativ creepy größtenteils. Und, äh, dann geht's baden. Dann kommt das Ende. Okay, wir sind auch schon wieder am Ende. Lasse, vielen Dank, dass du mir diesen Film etwas näher gebracht hast. Und auch den, äh, Zuhörern zu Hause. Und damit, äh, verabschiede ich mich und sage danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.